Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Unternehmensupdate von TORQ Resources auf RohstoffTV. TORQ Resources konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen und Basismetallen in Südamerika. Das Unternehmen hat kürzlich eine erfolgreiche Finanzierungsrunde über 6,26 Millionen kanadische Dollar abgeschlossen, um seine Explorationsprojekte in Chile weiter voranzutreiben. Die Finanzierungsrunde wurde von einer Gruppe von Investoren geleitet, darunter der Gründer von Goldcorp, Rob McEwan und die Landin-Familie, die auch Anteile in einigen der erfolgreichsten Bergbauunternehmen in Lateinamerika hält. Die Mittel sollen für Bohrungen und weitere Explorationen auf den Goldkupferprojekten von TORQ in Chile verwendet werden. Eines der Projekte ist das Santa Cecilia-Projekt, das sich in der Nähe von Copiapo im Norden Chilies befindet. Das Unternehmen hat kürzlich mit den Bohrungen auf diesem Projekt begonnen und wird voraussichtlich in den kommenden Monaten weitere Ergebnisse veröffentlichen. Das Ziel ist es, die vorhandenen Mineralressourcen auf dem Projekt zu erweitern und neue Vorkommen zu identifizieren. TORQ hat auch mit der Exploration auf seinem Margarita-Projekt begonnen, das sich in der Region Atacama im Norden Chilies befindet. Das Unternehmen hat ein 800 Meter langes mineralisiertes System auf dem Projekt identifiziert und plant, weitere Bohrungen durchzuführen, um das Potenzial des Projekts weiter zu erschließen. TORQ ist ein junges Unternehmen, das erst im Jahr 2020 gegründet wurde. Das Unternehmen verfügt jedoch über ein erfahrenes Team von Bergbau-Experten, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich in Lateinamerika tätig waren. TORQ konzentriert sich auf die Identifizierung und Erschließung von qualitativ hochwertigen Ressourcen in der Region, die für eine wachsende Nachfrage nach Rohstoffen auf der ganzen Welt von Bedeutung sind. Auch hier sieht der Chart nach einem Boden aus und spekulativ sollte man sich das Unternehmen anschauen. Wir sehen ein erstes Kursziel von 75 kanadische Cents und dann weiter auf 90 kanadische Cents. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochene Aktie ist Teil des SRC Mining Special Situations Zertifikats und ich bin natürlich der Aktionär des Unternehmens. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederloge aus der Schweiz. Vielen Dank fürs Zuschauen.